Und da bin ich auch schon wieder zurück in der nächsten Episode von The Order und wir haben uns den Weg hier freigeschossen zum Ballsaal auf dem großen Luftschiff Agamemnon und haben gesehen, dass Lucan, der Ritterkommandant und Bruder von Igraine, hier auch ebenfalls an Bord ist und den Ward Hastings anscheinend ein VIP eskortieren soll. Ja, und ich würde sagen, genug gelabert, weiter geht's. Ich hoffe, die Menschen hier lassen mich jetzt einigermaßen entfrieden. Gerne hört, die Rebellen leisten heftigem Widerstand. Ja, das habe ich gemerkt. Nicht viele von denen sind das im verdammten Schiff. Oh. Alter. Erschreckt mich doch nicht so. Meine Freunde, die Wachen der Kompanie sind in Alarmbereitschaft. Ich fürchte, diese Amateure schießen bei Sichtkontakt. Na super, auch das noch. Jetzt haben wir auch noch die Wachen am Hals. Ich suche hier nur mal fix die Munition, also cool bleiben. Hier komme ich anscheinend nicht mehr durch. Gut, also die Treppe da hoch. Die Leichenstarre hat natürlich extrem schnell eingesetzt, sag ich mal. Das ging bei ihm hier relativ fix. So. Da werden wir mal nachladen und können hier die Munition gleich wieder mitnehmen. Sehr gut. Dann haben wir nämlich volle Muni. Und, ähm, ich persönlich würde die Sniper jetzt... Oh. Was ist da los? Was zur Hölle war das denn? Eine Bombe ist am vorderen Triebwerke explodiert. Was? An alle! Rebellen Kommandant an Bord. Es ist die Frau aus Whitechapel. Bin an ihr dran. Lass dich nicht sein, komm! Dreckiger Scharfschütze! Halt deinen Maul! Verdammt der Rebell! Folgen Sie bitte den Evakuierungshinweisen zu den Rettungsbunden. War's das? Ich hab nur noch fünf Schuss. Bleib an ihnen dran! Maschinengewehr. Scheiß drauf. Lass sie nicht entkommen! Nein, ich bleib dran, keine Säule. Fösterle, ich habe einen der Rebellen erwischt. Gut, halt ihn fest. Ich bin gleich bei dir. Ach, scheiße. Die Wachen. Los geht's, komm schon. Mehr Schäden am Steuerbord. Notfalleinsatzteam zu B12 und B13. Oh oh. Nein! Das war nur Rauch, ne? Ich wollte grad sagen, die können doch hier kein... Das ist ein Luftschirf, Alter. Gefüllt mit Gas! Komm schon rein da in den Rauch. Verdammt! Percival, ich hab mein Ziel verloren. Ich nehme Verfolgung auf. Negativ. Bei den Rettungsboten sammeln, wir haben ein größeres Problem. Die Rebellen haben eine zweite Bombe anmacht. Oh, scheiße. Flucht. Okay, bin unterwegs. So ein verdammter Mist. Jetzt mussten wir die Olle laufen lassen. Nennst du das etwa vernünftig? Diese Konsequenzen konnten wir nicht vorhersehen, Alistair. Eure Mission in Whitechapel sollte unentdeckt bleiben. Ich habe Berichte über zahlreiche Verluste und schwere Zerstörungen am Royal Hospital erhalten. Und jetzt das! Ich werde zu meinem Wort stehen. Ich allein übernehme die Verantwortung für alle Konsequenzen, die uns treffen könnten. Sebastian! Du wirst verstehen, dass ich nur noch wenig tun kann, um dich vor dem Zorn des Lord Kanzlers zu schützen. Oder des Ordens! Dein Vater wird das einsehen. Doch jetzt sollten wir die zweite Bombe finden, bevor sie detonieren kann. Gute Ritter, eure Hilfe. Wir müssen alle von Bord, bevor es noch schlimmer wird. Sir Lucan wird sie eskortieren und die Evakuierung leiten. Wir müssen die Suche fortsetzen. Dies ist doch die Angelegenheit der Besatzer. Sie wollen doch nicht an Bord bleiben. Wir stoßen so bald wie möglich zu ihnen. Easy, kümmere dich um die Leute und dann geh zum Cockpit. Nein, ich komme mit dir. Easy, du musst Lafayette finden und dann von Bord gehen. Ich... Dein Bruder will, dass ich dich heil zurückbringe. Tu es. Für mich. Los geht's, Leute. Und tschüss. Geile Rettungsschiffe auf jeden Fall. Wir brauchen Waffen. In der Nähe ist eine Wachstation. Bedienen wir uns bei den Waffen der Kompanie. Und das sieht wirklich extrem geil aus, wie die da runter fliegen. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Auf jeden Fall sind wir anscheinend nicht mehr in London. Komm ich hier lang? Ne, da komme ich nicht lang. Guck, okay. Da muss ich rein. Die Rebellen werden jemanden schicken, um die zweite Ladung zu zünden. Die Rebellen, die Führerin und deine Komplizen versuchen, einen Notfallplan zu starten. Das muss es sein. Einverstanden. Machen wir weiter. Okay, das ist die Waffenkammer. Ich bleibe hier. Versuch zum Waffenlager zu kommen. Oder noch nicht. Auf jeden Fall müssen wir hier durch. Verdammt. Verdammt. Vielleicht sollte ich erst den schnelleren. Verlassen das Sinken der Schiff. Feindlich. Hey. Hey. Jetzt. Gar nicht so leicht, wenn einer ziemlich schnell bewegt. Wenn sich einer schnell bewegt. Durch hier. Nehmt euch, was ihr braucht und dann weiter. Ah, das sieht doch gut aus. Obwohl, was nehme ich dann? Ich nehme ein Fältchen. Obwohl, was ist das eigentlich? M5 Automatik. M2 Fältchen. Okay, dann. Ich nehme das, oder? Oder? Was haben wir denn noch hier so rumliegen? Pistole. Was ist denn das? Nequatiermeister hat es gut gemeint. Damit könnte man eine kleine Armee ausrüsten. Die Kompaniewachen gehen nicht gerade subtil vor. Mir leuchtet nicht ein, wieso man der Kompanie einer eigenen Armee zugesteht. Das ist ein Fältchen. Hm. Granat. Auf jeden Fall. Und diese Maschinenpistole habe ich ja schon. Okay. Gut. Dann weiter. Voraus könnten Rebellen sein. Bereit machen. An alle an Bord Verliebenen. Keine Panik. Wir folgen der Standardprozedur und kehren in Kürze zum Haupthangar zurück. Sollte Sie die Situation verschlimmern, werden die verbleibenden Passagiere am nächstgelegenen Halteturm abgesetzt. Okay, hier war auf jeden Fall schon mal jemand. All das um einen Mann zu töten. Scheiße. Die Rebellen greifen zu immer dreisteren Methoden. Das ist wohl wahr. Aber hier stimmt was nicht. Das ist selbst für sie zu dreist. Vielleicht hast du recht. Aber wir müssen verhindern, dass es noch schlimmer wird. Da ist noch eine Granate. Ich hätte eigentlich vorhin im Ballsaal, hätte ich eigentlich auch mal ein bisschen Rauch verwenden können. Das wäre für mich von meiner Position aus besser gewesen. Aber na gut. So schnell habe ich in dem Moment nicht geschafft. Wow. Zweite Bombe. Oder Nachwirkungen der ersten. Geh bitte Ruhe. Es gibt keinen Grund zur Panik. Wir haben immer noch genug Aufregung. Wir haben immer noch genug Aufregung. Die Ritter kamen aus dem Licht und haben das Atmosat verhindert. Weiter zur zweiten Bombe. Zeichen. Die Ritter dürfen die zweite Bombe nicht erreichen. Ja. Dann singles laufen. Es geht nicht weg. Wenn der Gäste läche. Ziemann nach der Hand! Das alles. Das alles. Oh, der war fies. Komm schon, beruhig dich erst mal wieder. Das ist so eine Halbautomatik. Finde ich aber ganz gut. Kann ich besser mit um. Okay. Alle down? Nee. Bammel. Stirb. Ich glaube, ich nehme das Karabiner mit. Damit kann ich noch besser. Find die auch irgendwie geil, die Waffeln. Wow. Ich find das geil, wenn das Ding da oben ist. Stopp. Wow, 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 wow. Du, komm her. Ich gehe jetzt mal wieder. Zack. Nein. Ich stehe unter der Schoss. Bleibt kaum unterwegs. Nein. 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 das haben muss nachladen raum sicher wir müssen das ziel verfolgen okay gut munition wirklich alles so safe ich hab da wohl mir meine bedenken er muss hier durchgegangen sein na dann mal los jetzt sind wir wohl auf uns gestellt das war verdammt knapp alter freund knapp ist gar kein ausdruck das muss einen anderen weg geben dafür ist keine zeit geh ohne mich weiter ich suche einen anderen weg verliert das ziel nicht wenn das mal gut geht hier haben wir noch was ein foto besatzungsköche bon voyage super ja ja ich bin dran ich bin dran oh scheiße das war wieder so einer mit der rüstung war das eine mit termit alter wo kam der denn jetzt hermann lafayette was ist los der schaden durch die explosion wird schlimmer wie lange können sie das schiff stabil halten nicht lange monsieur tun sie was sie können marquis geben sie uns noch ein paar minuten verfluchter mist man getroffen hier rein ich gebe dir verfestigt feuer tief alles in die kraft erfreit ich muss sein und ich weiß es nicht ich muss erst mal Überlegen Verdammt, verdammt, verdammt Verdammt, ey Wie krieg ich den denn weg, Mann? Diesen Doofen, der kommt näher und schießt einen Tod Das ist doch scheiße, ey Das ist doch scheiße, wie kriegt man den denn daumen so schnell? Mit dem Maschinenwehr? Verdammt, ey Hab ich hier auch irgendwo noch andere Deckungsmöglichkeiten als das? Was ist los? Der Schaden durch die Explosion wird es schlimmer Wie lange können Sie das Schiff stabil halten? Nicht lange, Monsieur Tun Sie was Sie können, Mackie Geben Sie uns noch ein paar Minuten Ja, Standage Lade nach Ich gebe die Deckung Neh Feuer sehen Sie, halten Sie die Kraft fern Mit Zeitstoffleitung mit 3D-23 und abieren Jetzt muss doch gleich eigentlich der Typ kommen, oder? Komm schon Wo bist du? Hier rein Ich gebe Feuerschutz Hör fest dich Fuck ey Fuck Alter Das war eng Das war fast schon zu eng Wow Wo kommt das? Ah, da, ok Percival In den Kabinen waren Revern Ich habe sie erledigt und setze meine Suche fort Verstanden Ich gehe zum Hengen des Schiffs und stoße dann wieder zu dir Ich suche nur nach Munition Weil die kann ich brauchen Warte mal Was lag hier Ich sattel jetzt mal um Weil wenn noch mal so ein Flintentypi kommt Habe ich sonst ganz schnell das Nachsehen Und das will ich nicht Deswegen brauche ich jetzt mal so ein bisschen was Ja, was 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 schnelleres Komm ich hier durch? Ich komme hier gar nicht durch Warum? Wo muss ich denn hin? Ah, ok Alles klar So So, ok Ähm Anscheinend noch ein Stockberg tiefer Ja Aber cool gebaut Dieses Ding Also Finde ich gut Auch wenn ich Ja Das war jetzt Wir haben mehrere Gaszellen verloren Das Team ist nicht zu steuern Und trotzdem bleibt er Er ist fast so stur wie du Verlassen Sie das Schiff Wenn es sein muss Schlag ihn K.O. und bring ihn zu einem Rettungsboot Mit vergnügen Komm schon Munition Munition Munition, ok Sehr gut Nicht schießen Es bleibt keine Zeit, Percival Wir müssen ihn aufhalten Vertrau mir, Grayson Hören Sie auf mich Mann Geben Sie auf Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben Wir sind nicht der Feind Beweisen Sie das Stopp diesen Wahnsinn Nein Nicht so lange die Kompanie ungehindert weitermachen kann Willen Sie nicht Dafür Sagen wir Es ist zu spät Was? Sebastian Freund Sie müssen das nicht tun Wow Alter Verwalt Sie müssen das nicht tun Sie müssen das nicht tun Leute Wir müssen das nicht tun Wir müssen das nicht tun Vielen Dank.